Was zum Geier sind eigentlich Dublons? Schlimmer wie Inflation. Denn überall auf TikTok geht's um Dublons. Das ist nämlich eine Währung wie Euro. Nur dass sie nur auf TikTok existiert und von Katzen ausgeteilt wird. Es gibt sogar eine Bank, Diebe, News und einen Shop. Und hierfür auf Dublons, damit ihr euch was kaufen könnt. Und falls ihr euch immer noch fragt...